Hauptstadt Ich meine, man sieht, das geht schon nur. Das einzige Mantra in dem ganzen Video ist wahrscheinlich der Gyro, der drauf ist. Das glaube ich nicht. Ich habe den Typen gefragt, ob er mir einen 401er drauf machen soll. Das sagt er, lass den Quatsch sein, lohnt sich nicht. Der 400er ist genauso gut. Glaube ich zwar nicht. Er sagt für mich, zum Schweben wäre das okay. Ich kann mir einen 401er holen, das ist nicht das Thema. Ich glaube, das Problem ist, dass du dann Gas geben, das sind 4, 3, 4, 7 Kilo Dickens. Der schmeißt dann die schweren Blätter los und dreht das Ding ein bisschen weg. Ich denke, wenn der auf Governor-Mode läuft...